Frankfurt, Rhein-Main, das Mekka der Banken und eine der bedeutendsten Metropolregionen Deutschlands. Hier unmittelbar vor den Toren der Finanz- und Wirtschaftswelt, in Rödermark, liegt der Sitz einer der größten Berufsakademien Deutschlands. 2003 gegründet, bietet die Berufsakademie Rhein-Main wirtschaftswissenschaftliche, internationale und informationstechnische Studiengänge mit vielen attraktiven Fachrichtungen im dualen System. Studieren an der Berufsakademie Rhein-Main bietet einen klaren Vorteil. Der größte Vorteil für die Studenten sind die vielen kleinen Studiengruppen, bei denen der Dozent ganz individuell auf die Bedürfnisse der Studenten und Unternehmen eingehen kann. Ich bin in meinem Kurs nur mit 17 Personen, die in meinem Berufsalltag auch alles meine Kollegen sind und dadurch ist eine individuelle Beratung durch die Dozenten möglich. Besonders gut gefällt mir die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis. So wird das Studium nie langweilig und man hat den Vorteil, dass man ganz viele Berufserfahrungen gesammelt hat. Und zusätzlich gefällt mir das Faschen-Farm-Lehre-Umfeld hier an der BR, was das durchaus anspruchsvolle Studium deutlich angenehmer macht. Mir gefällt am besten an meinem Studium, dass ich in Verbindung mit meinem Partnerunternehmen mir mein Studium selbst finanzieren kann. Mit dem Welcome Day begrüßen wir unsere neuen Studenten auf dem großzügigen und modernen Campus. Der Tag der offenen Tür bietet Information und Zeit für Gespräche mit unseren Partnerunternehmen und Studieninteressenten. Diese schätzen die Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Rhein-Main besonders, denn Die Ausbildung junger Menschen ist uns eine Herzensangelegenheit und dafür haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Das ist für uns die Berufsakademie Rhein-Main in Rödermark. Wir setzen bei SoftBoware seit 2006 voll auf die BA Rhein-Main, wenn es um die Ausbildung unserer zukünftigen Entwickler und Berater geht. Zusammenarbeit und Qualität stimmen. Deshalb konnten wir bisher auch jedem unserer Absolventen eine verantwortungsvolle Einstiegsposition anbieten. Besonders schätzen wir an der Zusammenarbeit, dass wir durch Anregungen und Feedback immer wieder in die Konzeption der Studiengänge eingebunden sind. Das macht für uns das duale Studium so praxisorientiert und ist für uns die ideale Zusammensetzung aus Theorie und Praxis. Eine gewinnbringende Verzahnung zwischen praxis- und projektorientiertem Lernen, bei der ein persönliches Miteinander entsteht, wie die Bilder des Sommerfestes zeigen. Ein Hauch von Vorfreude auf den in Wirtschaft und Wissenschaft geschätzten und nach drei Jahren erreichten Studienabschluss. Unsere Studierenden sind natürlich sehr daran interessiert, Praxis zu lernen, das direkt im Unternehmen anzuwenden. Insofern haben wir hier die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis direkt gelebt im Rahmen des Studiums. Ein Riesenmehrwert für die Firmen, ein insgesamt runder Prozess von der Entwicklung, von der Rekrutierung über das Studium bis hin zur weiteren beruflichen Entwicklung. Das ist das, was das duale Studium bietet. Beste Karrierechancen für unsere Absolventen und hervorragend ausgebildete Fach- und Führungskräfte für die Unternehmen. Das bietet die Berufsakademie Rhein-Main in Rödermark.